So und da sind wir auch schon wieder zurück mit einer neuen Aufnahme Minecraft. Ich hab grad die Musik vergessen, tut mir leid. Kann ja mal vorkommen. Und ich glaub ich geh lieber wieder auf... ...normal. Dann läuft's um einiges flüssiger, merk ich grad. So, wir sind grad auf unserem schönen Balkon und was hatte ich eigentlich nochmal vor? Ah ja, stimmt, das Schafscheren unter anderem. Wenn man nicht eine Schere hätte. Hey, komm ich da hin? Ähm, wie ging die Schere nochmal so, ne? Ja genau, Schere. Einwolle. Ist ja mächtig viel. Gut, den kleinen Hund können wir eigentlich mal da lassen. Das Schaf lassen wir da auch einfach mal rumlaufen. Jetzt weiß ich wieder, was wir wollten. Sehr schön. Ah. Dann kann ich auch gleich wieder aussetzen. Ja. Die Musik hört man kaum, muss ich sagen. Aber ich hoffe mal, sie wird nicht zu laut nach einer Zeit. Das ist ja eigentlich meine Sorge. Machen wir noch mal so. Okay. Haben wir jetzt eigentlich in der Bude alles gemacht bis jetzt? Warte mal, können wir noch was ablegen? Schwarzpulver, das können wir ablegen. Die Schere nehme ich mal mit. Den Knochen nehme ich auch mal mit. Redstone Wolle. Und da, können wir mal da hinpacken. Die Fackel da her. Ja, geht eigentlich. Den Pfeil hätte ich gern. Obwohl wir mit einem Pfeil ja nicht... Nicht gerade weit kommen werden, aber... Ein Pfeil ist ein Pfeil. Sag mal, was ist denn hier los? Ich hoffe mal, die Musik ist nicht zu laut. Im Gegensatz zu meiner Stimme. Ich benutze ja jetzt ein neues Aufnahmeprogramm. Habe ich das schon gesagt? Verdammt, ich weiß den Namen gerade nicht. Textury. Textury müsste sein. Moment mal kurz. Ich kann es ja gerade nicht lesen. Textury, glaube ich. Genau. Ja, ist eigentlich... Ich bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Gibt es echt nichts zu meckern. Arbeitet tadellos. Besser wie Fraps? Ja, bis jetzt schon. Fraps hat Minecraft-Däcken mal ein bisschen lecken lassen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das wurde mit Dextury ein bisschen behoben. Allerdings kostet Dextury nun mal auch seinen Preis. Aber ohne Preis? Ne, wisst ihr ja. Ah, ich weiß, was ich machen wollte. Ich wollte mich in Richtung Höhle graben. Und zwar unterirdisch mit einer Bahn. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das noch wusstet. Das war echt ein bisschen laut gerade. Das machen wir vielleicht mal hier. Leitern wären schon nicht schlecht. Haben wir natürlich keine da. Toll. Ja, da müssen wir eben mal ein bisschen Holz lassen, ne? Gut. Die Hunde sind mir ein bisschen im Weg gerade. Ob das reicht? Ich bin mir da nicht so sicher. Toll. Ich gehe einfach mal 15 nach unten. Und mache immer wieder so. Ich könnte eigentlich auch eine Falltüre machen. Wäre vielleicht auch ganz geil. Wie ging die nochmal? Wisst ihr, dass man erst so eine Falltür aufmacht? Nee. Falltür, genau. Oh, das ist vielleicht jetzt ein bisschen laut. Wartet mal kurz. Das war gerade ein bisschen laut. Und die Musik passt auch gerade überhaupt nicht. So, ist doch schön. Steigt man hier so runter? Ich hoffe, das reicht. Ne, eins können wir noch runter. Jetzt haben wir aber auch dann keine Leitern mehr. Ich wagen mich jetzt. Warte mal kurz. Ist doch in die Richtung, oder? Ja. 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 Nur wie weit ist die Frage. Mal schauen, was da kommt. Ich hoffe, das klappt, was ich hier vorhabe. Es sieht gut aus bis jetzt. Dann gehe ich einfach hier noch eins runter dann. Joa, jetzt passt das schon. Ich habe nämlich vor, hier so eine kleine U-Bahn zu bauen. Ja, eine kleine U-Bahn, mit der wir zur Höhle kommen. Gut, ich weiß noch nicht genau, wie weit wir müssen. Was kommt denn jetzt? Zelda. Ja, das geht schon. Geht schon eher. Oh, oh. Das ist natürlich jetzt nicht prickelnd. Aua. Ach, hier sind wir. Ne, wir müssen tiefer. Das gibt keine andere Lösung. Wir müssen noch ein Stück tiefer. Ah, Mist. Ich dachte, das reicht so, aber nein, Mist. Ähm, fünf Stück oder so. Ne, mehr. Toll. Wieso treibt es mich hier schon wieder ab, obwohl ich gar nichts mache? Tolle Sache. Alter, jetzt hat es mir mein Gemüse zertrampelt. Toll. Wo ist die Spitzhacke? Hä? Ich hatte eine Spitzhacke. Ich bin ja nicht ganz doof. Nein, Sitz. Gibt's doch nicht. Du gehst da hin. Das ist doch jetzt nicht. So. Und wir brauchen mehr Stöcke, ne? Passt mal auf, ihr zwei hier. Kommt mal hier ran. So, das ist nah genug. Und da in die Ecke. So ist es fein. Du auch noch. Los. 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 Hallo. Los. 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 So. Da steht ihr gut. Nein. Ähm. Wir machen überall mal zehn. 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 Toll. Ja. So, das war's. 24. 27. Leider. Müssten jetzt wohl oder im bereichen. Dann mach ich hier einfach zu. Na komm. Haben wir noch Steine dabei? Nee, aber Sand. Doch, Steine auch. Okay. 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 Oh mein Gott. Ach du. Hallo. Das ist ja nicht schlecht. Dann mach ich hier Fackeln hin. Damit ich weiß, hier komm ich hoch. Mensch, das ist ja nervig mit dem Wasser hier. Ich muss mal ganz kurz die Monster ausmachen. Melonenkerne. Ha, geil. Wenn ich an Gronkh denke, da wollt ihr die ganze Zeit Melonen finden und wir finden jetzt bei unserer ersten eigentlich richtig in Erkundung gleich Melonen. Gut, ich glaube ich mach die Monster gleich wieder an. Sonst ist es ja langweilig. Und das wollen wir ja nicht. Einfach. So, bis gleich. uchen wir ja nicht. Bis zum nächsten Mal.